So, willkommen zurück zu Mario's Search for the Eight Jewels. So ist der Titel richtig. Im letzten Part haben wir das Spiel angefangen und heute geht es weiter. Wir fangen an mit Castle 1. Die erste Burg und ich frage mich, was für Random Musik wir hier erwarten. Oh. Die beste Castle Musik, die ich so kenne für Castle. Ich muss echt zugeben, die Musik hat es echt in sich. Ich habe sie oft genug bei Mario Gives Up gehört. Ja, das ist natürlich gerade hier echt praktisch mit dem Drybone. Bei Mario Gives Up, da war sie auch für mich ein totaler Favorit. Und hier ebenfalls. Oh, das ist ein Bördersprung. Willkommen her. So, hier haben wir nichts. Aber wir kriegen hier auch alles mögliche an Gegnern gerade auf den Hals geworfen. Wobei ich sagen muss, die Yoshi-Island-Grafik gefällt mir auf jeden Fall. Dennoch gefällt mir... Unsichtbare Kettensägen gefallen mir gar nicht. Das war ekelhaft. Ihr habt sie auch gesehen, oder? Also das unsichtbare Viech. So, wir haben hier wunderschönen Yoshi-Island-Style. Das gefällt mir. Aber... Ja. Ich weiß nicht mehr, was hier genau auf mich wartet. So, auf jeden Fall können wir uns erstmal hier einen Pilz abholen. Und sollten ganz vorsichtig hier an dem Speyer vorbeigehen. Oh, das ist gefährlich. Oh, das ist noch die erste Burg und von daher nicht so schlimm. Wenn man groß geblieben ist, konnte man sich hier ein paar Münzen abholen. Als Anleihe vielleicht an Super Mario Bros. 2. Ich weiß es nicht. Huch! Was war das denn jetzt? So, unser Gegner ist ein Lucky Two. Das lief gerade nicht. Alter! Nicht lustig. Wir spulen einmal kurz zurück. Sorry, aber das war nicht lustig. Da sie alles Custom-Box-Bosse sind und vielleicht nicht ganz durchdacht wurden, werde ich eventuell Sales-Track vor jedem Boss auf jeden Fall machen. Denn da kann man nie genau sicher sein. Guckt mal an. Wir brauchen nämlich drei Blöcke. Und durch unsere Dummheit sind zwei kaputt gegangen. Durch die Spineys sind zwei kaputt gegangen. Und wer Mathe kann, weiß 6-2-2 gleich nicht 3. Oh, ein roter Juwel. Der rumhüpft. Mario hat Lucky Two besiegt und den ersten Juwel bekommen. Aber es sind noch sieben weitere dort. Und, äh... Where does the pipe lead? Was soll lead heißen? Ich weiß gerade nicht, wo tut uns die Pipe hin? Ich weiß es nicht. Ich weiß leider gerade nicht, was lead heißt. Aber, nun ja. Achso! Das ist... Ich habe das erst als so eine Art Gewächs gesehen. Oder so eine Blume oder sowas. Und die Musik ist aus. Und wir sind in Alabastia! Hey! Und in Alabastia gibt es natürlich Bäume. Ich glaube, das ist Donkey Kong Country wieder, ne? So, hier ebenfalls so eingefügt oder reingebaut, äh... Was ich einfach auf den Tod nicht abkann, sind diese Äste. Denn da bin ich ziemlich unsicher drauf. So, ähm... Ein schönes Level übrigens. Wir sind in Welt 2 angekommen, endlich. Wir sind gerade echt gut drauf. Äh, und... Ja. Ich bin zufrieden. Nein! Geh weg! Das ist mein Panzer! Ich finde übrigens, äh... Die... Ach Gott, ey. Die Musikauswahl? Sehr angenehm. Nur diesen Sprung und... Oh Gott. Manche Springer sind echt böse. Nein! Ich wollte wegkicken. So, wir gehen mal kurz in Sicherheit. Ach ja. Ich bin so glücklich. Und wir haben wieder alle Maru-Coins gesammelt. Da muss doch das Ziel auch gleich in der Nähe sein. Yay! Also die Level nicht sonderlich groß oder schwer, aber... Interessant und haben einen schönen Schwierigkeitsgrad. Vor allem erinnert das stark an Mario, ähm... Super Mario World, das Original. Also vom Schwierigkeitsgrad her. Und dabei, ähm... Erinnert die, ähm... Arte-Levels und der Aufbau und das Aussehen gar nicht daran. Ich glaube, das ist so ein richtig großer Pluspunkt. Was ist das für Musik? Da wird irgendein Ton immer lauter. Das gefällt mir gar nicht. Okay, da habe ich eine Moth-O-Coin übersehen. Aber wir haben ja hier eh ein Secret Exit. Also von daher ist es gar nicht mal so schlimm. Und hier kriegen wir direkt die zweite. Das ist sehr schön. Ach, das ist... Oh! Huch! Ich könnte hier sterben. Warum? Ich bewege mich kein bisschen, Leute. Achso, das ist... Wir könnten hier sterben. Das ist nicht gut durchdacht. Lieber Mario, du hast hier einen Fehler gemacht. Ich weiß nicht... Hm? Da glitschen wir uns mal durchs Spiel einfach. Ich will hier wieder raus! Ah! Dann hier zu landen ist auch wieder ein bisschen gemein. Huch! Ach, genau! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Danke. Ja, danke. Und... Ja, ja, ganz vergessen. Nein. Oh Gott, das ist ja wie unten gelandet, ne? Springt er wieder hoch? Nein! Okay, wir spielen nochmal zurück. Und zwar am besten hier hin. Denn hier ist das Secret Exit ein bisschen gemein gehalten, natürlich. Der muss den Chuck hier hochlotsen. Und das ist natürlich ein bisschen gemein. Ach, das lief nicht... Das lief gar nicht gut. Oh, jetzt ist er wieder unten. Klasse. Aber man kann ihn ganz leicht wieder hochkriegen. Wenn wir mal hier runterkommen würden, oder darauf kommen würden... Oh Gott. Er kommt ja nicht mal hoch! Ist es denn? Also ehrlich, ey. Lieber Chuck, du weißt genau, was dein Ziel hier ist. Töte mich! Nein! Komm! Hab ich dich schon wieder versaut, ne? Gut. Alle guten Dinge sind drei. Das ist halt eine ganz tricky Geschichte hier. Gut. Das klappt einfach gerade nicht. Okay. Ja, wie gesagt, das ist eine ganz ekelhafte Geschichte hier eigentlich. Denn man muss diesen verdammten... Chuck hier hinlotsen. Und ihn die Tür aufmachen müssen. So, das ging doch. Das lief doch beim... Alle guten Dinge sind drei. So, und wenn wir diesen Chuck haben, dann können wir hier rein und... Mein Gott, da habe ich mich verjagt. Ich wollte gerade gucken, ob ich oben durch die Ecke wieder glitschen kann. Und habe dabei aus Versehen das Ding aktiviert. So, the tiny tower. Später. Wir wollen hier noch in Brown Cave, ähm... Das andere Exit sammeln. In dem Level. In der Musik von Donkey Kong Country spielt. Ich glaube, Mavo mochte die Musik. Kann gut sein. Jetzt habe ich natürlich das Bedürfnis, alle Ecken zu durchsuchen. Ob ich hier vielleicht irgendwo durchfalle. Aber ich glaube, ich sollte es lassen. Warum habe ich die Pflanze gerade nicht gesehen? Warum habe ich die Pflanze gerade nicht gesehen? Ich weiß es nicht. So, übrigens auch schöner Trick hier mit den Vines. Also die Vines, ähm... Wenn die hier hochgehen, dann geht das Leil hier weg. Weil die Weine frisst das Heine mit auf. Das ist, äh... Sehr lustig eigentlich. Hier können wir wieder durchgehen. Will ich aber nicht, ähm... Aus der Hinsicht lustig, äh... Weil es, glaube ich, nicht so geplant ist. So, und jetzt gehen wir hier oben beim Weiter, denn... Ich habe so ein Gefühl, kommt man auch durch, ne? Ja, aber hier kriegen wir es nicht so gut hin. So, da unten war zum Beispiel unser lieber Freund, der liebe Chuck. Nur, der springt ja auch die ganze Zeit durchgehend. Also, wir hätten keine Chance, ihn ohne zu treffen. Ja. Das aufmachen lassen sollen. So. Das sieht interessant aus. Gut, wenn man groß ist, kann man hier auch die Coins holen. Ich finde es sehr interessant, dass man sowas bedacht hat. Komm, schaff das ohne Hit hier durch und du kannst die Coins holen. Ich meine, sowas ist immer sehr toll, denn sowas macht natürlich Möglichkeiten, um sich ein bisschen zu konzentrieren. Und ich habe die Coins beim Chuck vergessen. Klasse! Egal, wir sammeln ja hier nicht alle Coins, denn wir spielen ja einfach nur... Wofür habe ich denn das Leben jetzt bekommen? Ich habe ein Leben bekommen, aber wofür? Hm, gute Frage. So, weiter durch Alabastia. Wir gehen ins Scary House, aber vorher gehen wir in The Tiny Tower. Oh je, Moment mal. Ne, sie machen nichts Böses. Okay, wir treffen hier auf jeden Fall auf, äh, random schießendes Feuer, was immer auf einer Höhe ist. Ah, ne. Er hat uns von da hinten gesehen und jetzt sieht er uns nicht mehr? Warum sieht er uns nicht mehr? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. So. Oh Gott. Welche Sprünge sind da wiederum gemein? So, hier oben haben wir... Nix, aber ich habe Feuer wieder. Natürlich ist mein Respekt... Was? Mein Respekt dementsprechend... Hä? Hat sich irgendwas hier nicht generiert? Wie komme ich denn da hoch? Habe ich irgendwas übersehen? Die können mir sagen, was sie wollen, aber was habe ich denn übersehen? Ich verstehe es gerade nicht. Was habe ich denn übersehen? Entweder ist hier irgendwas, äh, nicht ganz, äh, erschienen. So wie es soll. Vielleicht habt ihr irgendwas übersehen. Ich sterbe mal kurz. Oh, Feuer! Da ist auch der Boden nicht ganz... Was? Was? Hä? Warum war denn jetzt nicht alles da? Das verwirrt mich gerade ein bisschen. Ich habe so ein Gefühl, da fehlte irgendwas. Aber was? Ich kann es leider nicht sagen. Hier fehlt doch irgendwas. Ja, klar! Wie soll ich denn da hochkommen? Wir sind keine unsichtbaren Blöcke, oder? Nö. Lieber Mabu 7! Was ist das hier? Das verwirrt mich gerade ein bisschen. Es ergibt auch keinen Sinn. Ich sehe einfach keinen Zusammenhang. Was soll denn hier sein? Gut, Leute. Dann werde ich es so machen. Äh, das Level werde ich erstmal auf... Es schießt ja kein Feuer mehr. Das ist sehr interessant. Ähm, eventuell werde ich dieses Level auf später verschieben. Und werde dann mir hier ein Springboard hinstellen. Die Frage ist nur, wo ist das denn hin? Ich denke mal, hier war ein Springboard, was uns da oben führt. Oder? Oder sehe ich irgendwas gerade nicht richtig und es ist unsichtbar. Aber es ist ja nichts. Hm. Es ist auch nichts irgendwie unsichtbar, weil vielleicht zu viele Sprites drauf sind. Nein. Das würde man ja auch merken. Gut, dann sterben wir nochmal. Was auch immer mit dem Level hier ist, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Warum ist da kein Springboard? Aber wie gesagt, ich werde mir eins da hinstellen und das später machen. Jetzt gehen wir erstmal ins Scary House. Ich verstehe jetzt echt gerade nicht, warum. So, wir kriegen wieder, äh... Luigi Mansion Musik. Levels with an... Ausrufezeichen. In the name have got a secret exit. Okay. Rote Levels haben also kein Secret Exit, oder? Oder haben sie auch einen Secret Exit? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall weiß ich gerade, dass das eine Level, was wir gerade besucht haben, äh... Nicht mal ein normales Exit hat. Denn sonst hätten wir es ja bestimmt gefunden. Hm. Das ist... Zwar riskant gewesen, aber... Im Endeffekt bringt es uns zu einem Ziel. So, hier... Hier könnte man doch durchgehen, oder? Nein, kann man nicht. Okay. Ach, hier kann man runter. Okay. Hier muss man sogar runter. Das Leben interessiert uns jetzt gerade mal erst wenig. Ähm, denn... Ja. Da habe ich das Secret Exit gesehen. Also das Schlüsselloch. Ich denke mal, da kommen wir runter, wenn wir hier so lang springen. Ist natürlich die Frage... Da. Ha. Wir haben keinen Schlüssel. Es ist nicht dein Ernst, oder? Komm her, Geist. Wo haben wir den... Darum haben wir den Schlüssel. Okay. Was wir machen müssen, ist klar. Schlüssel holen. Runterspringen. Hier runter. Und... Secret Exit! Das war wieder einfach. Das war sogar komplett durchdacht. Ob sich da vielleicht irgendwas... Ich muss gerade echt überlegen, was da mit dem Hack passiert ist. Warum da am Tiny Tower das Sprungbrett fehlt. Vielleicht hat sich da irgendwas verglitscht. Weil ich irgendwo... Ich meine, es gibt es echt... Das habe ich schon ein paar Mal gesehen. Dass ich durch irgendeinen Fehler hier etwas verglitschen kann. Und dann am Ende das Level nicht machbar ist. Das habe ich damals, als ich selber einen Hack erstellt habe. Ich habe ja nicht lange einen Hack erstellt. Ich habe... Nach der ersten Welt habe ich, glaube ich, aufgehört. Und da ist es mir... Ich glaube, zweimal passiert, dass ich ein Item weggeglitscht habe. Jetzt gesagt ungewollt, aber... So, keine Lust zu warten. Und wir sollten... Auch vorsichtig sein. Denn wir wollten... Wir wollen nicht in die Iris reinlaufen. Aber trotzdem alle Coins haben. So. Und dann wollen wir... Hier durch die Tür gehen. Ich weiß gar nicht. Gibt es hier wieder einen Boss? Wir haben auf jeden Fall schon wieder die fünfte Starcoin. Ich sage immer Starcoin. Warum will ich immer Starcoin sagen? Yoshi-Coin. Und die Mabu-7-Coin. Hier kriegen wir sie. So, holen wir uns mal kurz Anlauf. Dann können wir nämlich auch einmal kurz... So, okay. Machen wir nicht. Dann gehen wir nur einen normalen Weg. Das ist... Viel einfacher. Und angenehmer. So. Das war ein sehr verwirrender Raum. Oje. Okay. Können wir hochklettern? Die gibt es wieder nur. Von diesen Blöcken. Drei Stück. Da sollten wir wieder vorsichtig sein. Ich mag übrigens nicht, wenn wir an so einer Ecke stehen müssen. Denn man kann nie wissen, wo so ein Eevee herkommt. Und ja. Ui. Das war knapp. Ui. Heilige Scheiße. Uiuiuiui. So. Und damit haben wir das nächste Level geschafft. Und natürlich sind wir glücklich. Denn wir haben einen großen Fortschritt gemacht. Kriegen erstmal wieder ein Bonusspiel. Können wieder Leben abfarmen. Und diesmal wollen wir... ...einen Pilz haben. Müssten wir, glaube ich, irgendwo... Ah, Moment mal. Ja, ein bisschen hier. So. Ne, ein bisschen hier. Ah, fuck. Blume. Der Versager. Hey, immerhin drei Leben. Und natürlich ein schönes Muster. Es ist ein... ...Break. Das ist... Ja, das ist ein wunderbares Muster, Maser. Maser der Künstler. So, Secret Exit führt hier hoch. Leute. Im nächsten Part. Wir haben hier eine wunderschöne Overworld übrigens. Ja, Welt 2 weiterhin. Ich denke mal, wir werden... ...noch ziemlich lange unterwegs sein. Denn immerhin hat dieses Spiel insgesamt auch acht Welten. Und natürlich ist der Hack komplett. Außer, dass mich gerade wundert, dass bei Tiny Towers irgendwas nicht stimmt. Leute, das nächste Mal geht es hier weiter. Bis dahin. Danke fürs Reinschalten. Und Maser la Vista. Baby. Baby. Boom.